Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Aliens. So, gespeichert hatten wir ja. Der ist abgeschaltet, ne? Aber wer hat die denn hier in zwei Teile gerissen? Ah, da hinten ist noch einer drin. Okay. Sieht alles sehr merkwürdig aus. Schweinedunkel ist es hier. Oh. Wurden hier auch alle schön zusammengehäuft. Ja, piepen tut hier alles irgendwie. Ausschalten. Äh. Was jetzt so eine gute Idee ist. Ich weiß ja gar nicht sowieso, was wir jetzt hier machen sollen. Bevor ich jetzt hier irgendwas ausschalte. Gehe ich hier jetzt mal lang. Hatte ich hier hinten nicht eben irgendwo noch einen gesehen? Der hier rumgeeiert ist? Das war da drüben, ne? Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Okay. Äh. Finden sie einen Weg durch. Die Tür. Das heißt, wir müssen hier alles abschalten, ne? Macht hier mal Lärm. Gut, wir gucken mal. Medikit kann ich eigentlich schon wieder herstellen. Ich drücke mir mal noch eins. Den Androiden hier vertraue ich kein Stück. Dann bauen wir nochmal eins. Besser eins mehr als, äh, davor. Wir haben da aber auch noch ein Terminal sich gerade. Oh. Auch mal was zum durchgucken. Gut, hier ist nichts drin. Taschenlampenbatterien, ja gut, sind voll. Brauchen wir hier sowieso. Ich meine, ich habe doch hier eben durch das Fenster noch jemanden mit roten Augen gesehen, oder? Naja, mal gucken. Ich hoffe, der bringt mich jetzt nicht um, oder so. Neu-Formatierungskammer. Spending. Ich habe ein paar leere Androiden für die Sevastopol-Verkaufsvorführung hochgeschickt. Falls Sie das noch nie getan haben, legen Sie die Androiden einfach auf die Britsche in der Neu-Formatierungskammer. Über eine Verbindung mit Apollo werden die neuesten Programme installiert. Hoffentlich beißen die an. Russell, okay. Leitender Sixen, angestellter Ransom hier. Ich bin gerade aufgewacht und auf einmal stand ein Hewie in meiner Suite. Als ich ihn fragte, was er will, hat er sich auf mich gestürzt. Ich musste mein eigenes Apartment verlassen, verdammt. Senden Sie Ihren besten Techniker zum Apollo-Kern, um herauszufinden, was zur Hölle vor sich geht. Sofort! Die Dinger müssen unter Kontrolle gebracht werden, und zwar zackig. Ja, die haben wirklich einen an der Klatsche. Gut. Hier können wir... Na, fünf Schrott könnten wir nochmal mitnehmen. Da ist auch nochmal ein Kabel. Ei, 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 ei. So, ich werde erstmal... Na? Ah, jetzt. Jetzt haben wir neuen Strom in der Taschenlampe. Er wollte nicht gleich. Was haben wir hier noch? Schrott. Warum haben wir hier einen Spind zum Verstecken? Warum eigentlich nicht, ne? Also Spinde sind nicht schlecht. Das Ding können wir knacken. Da. Dann nehmen wir dich hier. Dann nehmen wir dich hier. Dann... Den hier. Und das O. Hm? Wieso haben wir hier einen einfachen Spind nur? Gut, Ladungspack. War irgendwas mit Impf? Das konnte ich noch mitnehmen. Bindemittel haben wir hier auch nochmal. Warum werde ich jetzt gerade so zugebolzt mit dem ganzen Zeug für Medikids und Co.? Das macht mir ein wenig Sorgen. Was fehlt uns denn noch für die MP-Mine? Ach, die braucht auch, äh, ne Impf. Okay. Die braucht sogar zwei. Gut, bauen wir uns hier nochmal... Blendgranaten. Ah, sind sogar jetzt voll. Dann können wir uns noch eine Rauchgranate bauen. Die ich noch nie benutzt hab. Geräuschmacher sind voll. Leuchtfackeln, naja. Schade, dass wir nicht irgendwie noch was anderes basteln können. Aber wir kommen ja eigentlich auch bis jetzt so gut, äh... von Bestatten hier. Bis jetzt. Vielleicht sind wir einfach mal gut und haben deswegen schon so wenig benutzt. Und warum geht jetzt mein Lampenlicht so schnell leer? Das ist ja ekelhaft. Okay. Piep. Da ist aber keiner, der Piep macht. Irgendwas blubbert hier auch die ganze Zeit. Jemand hier? Nein. Gut. Und... Rüber mit dir. Das wird doch bestimmt... Nicht so gut sein, aber... Hier ist mal hier immer diese Geräusche. So. Und rüber mit dir. Biologische Gefahren, eine Dämmungsstufe. Amniv. Falls mein Service... Lassen Sie... Lassen Sie... Lassen Sie... Lassen Sie... Lassen Sie... Lassen Sie... Du wolltest es ja nicht anders. Ich weiß schon ganz genau, warum ich hier mit... Der Pistole rum... Ah ja. So. Ansonsten war es das ja hier, ne? Vorne hatten wir keine weitere. Oder so. Ne. Das heißt, es ist nur noch die im Raum. Und ich wette. Da kann ich meinen Hintern drauf verwenden. Da wird gleich einer... Wieder wach. Mindestens. Mindestens. Ne. Der tarnt sich doch bestimmt gleich nicht mehr und... Will mir eine geben. Oder? Nein. Alle ruhig. Ich nehme mal lieber den Elektroschocker. So. Komm schon. Okay. Nicht. Dann nehme ich wieder den Revolver und... fülle kurz meine Batterien nach. Ähm. Das ist natürlich schlecht. Das Ding braucht wieder Strom. Ich brauche Zugang zu Apollo. Öffnen Sie umgehend den Transitraum. Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Seaxen und Syntheten vorbereiten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Befahren Eindimmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für sowas keine Zeit. Ich habe jetzt so einen Verdacht. Ich habe so den Verdacht, dass er ein Android ist. Weil wie kann er so spielend leicht mit denen fertig werden? Das war ja jetzt wirklich easy für ihn. Entweder der hat richtig gepumpt oder... Ich habe keinen Plan. Das ist genauso gruselig, als wenn da Poppen stehen würden. Äh. Oh, nee. Ich schmeiße hier... immer irgendwo was um jetzt. Warum traue ich dem Ganzen nicht? Das sieht so parademäßig aus. So Ritter kommt in Königspalast, aber... Das sieht eher so aus wie... Oh, kommen Sie rein. Hier werden Sie angegriffen. Gut, Antwort. Pläne für heute Abend. Susanne, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Es treffen Berichte über anormales Androidenverhalten unten ein. Haben vielleicht etwas mit dem ganzen Vermissen zu tun. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abriegelungsschalter an meinem Schreibtisch. Da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Mach dir um die keine Sorgen. Das sind nur Vorführmodelle. Nicht mehr lang. Ich werde mich um alles kümmern. Und dann können wir gemeinsam den endlichen abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Letzte Chance. Spedding. Ich rechne damit, dass die VIP früh ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt. Und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen rauszuquetschen. Ich will, dass Ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden ihrer lahmen Witze lachen. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum. Aber hetzen Sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hiwis verlangen, stimmen Sie zu. Die Techniker können sich später darüber den Kopf zerbrechen. Ich hoffe, Ihre besten Leute sind an der Sache dran. Termine im Ausstellungsraum. Termine für Ausstellungsvorführung im Ausstellungsraum. Montag 0, Dienstag 0, Mittwoch 0, Donnerstag 0, Freitag. Date Night, aha. Samstag 0, Sonntag 0, Siegsten Mitarbeiter. Repetition Susan Archer, vorgesetzter Leiter des Synthetenverbindungsbüros. Spedding. Warum kann ich den ganzen Käse gerade nicht so richtig glauben? Können wir jetzt nicht eine Rohrbombe wieder bauen? Nee, noch nicht. Wir bräuchten noch eine zweite. So, entweder die Pampe oder... Ich traue denen halt nicht. Auch wenn es jetzt Vorstellungsmodelle sein sollen. Ich nehme Elektroschocker. Aha. Ey, ihr seht so gruselig aus. Nein, alles gut. Okay, ich soll jetzt entkommen. Was ist hier jetzt verkehrt? Stimmt, er hat ja gesagt. Unten am Schreibtisch. Den Dingern halt überhaupt nicht. Die Tür geht noch. Irgendwo auf dem Schreibtisch einen Knopf oder so. Sehen tue ich jetzt hier nichts. Was ich betätigen kann. Oder war das hier irgendwo gemeint? Was ist denn? Ich habe nochmal Komponenten gefunden. Hä? Moment. Wir haben doch hier eigentlich... Unterm Tisch nichts. Die machen mich nervös. Es ist schlecht. Ich mag nicht nervös sein. Ich habe die ganze Zeit irgendwie... Okay, da fehlt keiner. Ich habe irgendwie die ganze Zeit so... Das Bedürfnis... Hier. Moment. Stand doch. Ich gucke nochmal nach. Äh... Bö, 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 bö. Es gibt einen Abriegelungsschalter an meinem Schreibtisch. Da, wo diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Hä? Aber hier am Schreibtisch sehe ich halt nichts. Sag mir nicht, ich muss jetzt hier irgendeine... Böse vor den einnehmen. Hat doch irgendwas mit denen zu tun. Oder? Irgendwie nicht. Ich sehe jetzt hier aber auch nichts anderes oder so. Ah. Der hat auch keiner irgendwie einen Knopf oder so. Eigentlich nochmal Schrott. Bin ich jetzt blind? Tür verschlossen, ja. Hat man vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Nee. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen halt hier rein, ne? Da geht das Rohr nicht weiter. Das heißt, es muss ja hier irgendwo sein. Hier vielleicht am Terminal irgendwas übersehen. Bin ich blind oder so? Nee. Irgendwo am Schreibtisch. Aber ich sehe hier am Schreibtisch nichts. Das ist es ja. Hier ist auch nichts. Böses Ding. Geh mal weg. Nee, auch nicht. Hm. Könnte ich nicht eigentlich auch den Flammenwerfer nutzen und ein bisschen... Na, das hilft ja gar nicht. Das muss ja hier irgendwo sein. Hier muss ich ja irgendwo drauf zugreifen können. Piepen tut hier alles. Hier irgendwo was? Nee. Auf die einschlagen kann ich auch nicht. Ähm. Ja, da soll ich rein. Da komme ich aber gerade nicht rein. Ich habe keinen Plan, wo jetzt der Knopf sein soll. Der sollte ja eigentlich am Schreibtisch sein, aber da sehe ich nichts. Ich gehe nochmal zurück. Aber da kommen wir ja auch dann nicht weiter. Sehr mysteriös. Ja, hier kommen wir auch nicht durch oder so. Das heißt, das müsste ja eigentlich schon da vorne irgendwo sein. Weil hier sind wir ja jetzt nur wieder bei den... Obis. Das muss ja schon da hinten sein. Also hier kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Oder halt, doch. Das könnte noch... Das könnte noch sein, dass hier an dem Schreibtisch noch was ist. Ja, komm, lad mal kurz die Batterie nach. Was hier noch irgendwie was ist. So, Flammenwerfer. Jetzt haben wir auch nicht mehr die Geräusche. Hier haben wir hier vielleicht irgendwas übersehen, aber eigentlich nicht. Äh... Nee, das hatten wir ja alles. Hier an dem Schreibtisch ist jetzt aber auch nicht irgendwie ein Knöpfchen oder sonst was. Mhm, 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 mhm. Was wir jetzt machen können. Es macht Spaß in einer blitzenden, kaputten Röhre zu sein. Irgendwo eine Neuverkabelung, die ich vielleicht nicht gesehen habe. Na, eigentlich auch nicht. Das heißt, wir müssen ja hier irgendwo was finden können. Ich kann halt auch nichts zerschieben oder so. Unterm Schreibtisch habe ich jetzt schon mehrfach geguckt. Da ist nichts. Das sieht aus wie ein Knopf, ist aber scheinbar nur eine Schraube, die ja den Tisch fixieren soll. Wo die Roboter auch mal was wert waren. Ich habe halt keine Ahnung. Wir kommen halt hier sonst nicht weiter, ne? Die haben auch nichts oder so. Da finde ich noch einen Sensor. Tja. Gute Frage, nächste Frage. Das ist nur eine Batteriezelle. Äh, 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 ja. Was ist mit dem hier, was ist das? Sieht aus wie ein Eiswürfel-Spender oder irgendwie so ein abgeranzter Bar-Karten-Automat. Das sieht aus wie ein Eiswürfel-Spender oder irgendwie so ein abgeranzter Bar-Karten-Automat. Kein Knopf unten, kein Knopf oben. Kein Knopf unten, kein Knopf oben. Wow. Ganz ehrlich, den hätte ich doch nie im Leben gefunden. Ey, so gut suchen. So, ich bin aber nicht so doof. Sie benötigen einen Termin. Ich wusste es. Ich wusste... Nein. Ich habe doch zuerst... ...zugehauen. Gib mir die Pumpgun. Blöd, Mann. Na, will noch einer? Ja, habe ich nicht. Ach du Scheiße. Ähm. Geringe Energie. Oh, Glück gehabt. Die versuchen da durchzukommen. Schlüsselkarte benötigt. Kann ich mich hier drinnen verstecken? Neuverkabelung? Kann ich hier irgendwas machen? Vielleicht hilft das, ja? Die reißen das jetzt wirklich in Stücke, ne? Die gehen wirklich durch die Tür. Ja. Ja. Die gehen wirklich durch die Tür. Kommen sie jetzt da durch oder nicht? Das hört sich halt wirklich so an, ne? Und jetzt durch die Tür schaffen sie es nicht. Ich habe halt keine Ahnung. Ich komme mal kurz auf die Karte. Ich weiß es nicht. Machen wir erst mal weiter. Könnte vielleicht einfach jetzt nur Geräuschkulisse sein und die Tür hält. So nach dem Motto. Okay. Motto 2. Warum kriege ich so viel Pumpgun, Muni? Das macht mir Angst. Warum muss das so viel sein? Sonst habe ich eben nur einen Schuss gekriegt. Ich kriege hier sogar offene Medikits. Oh ne. Und sogar Motto-Toff-Cocktails. Als EMP-Minen. Was? Noch eine Taschenlampe. Entweder ich habe hier gerade den Vorratsraum des Todes gewonnen. Oder ich werde gleich, ähm, richtig von den Leuten überrannt werden. Warum habe ich so das Gefühl, dass ich gleich richtig überrannt werde? Also so richtig, richtig überrannt werde. Hier ist noch eine Ausweiskarte. Hier gut. Wir haben da Medikit liegen. Das heißt, ich nehme mir mal eins. Verschwenderisch muss man auch mal sein dürfen. Ich habe natürlich jetzt elf Pumpgun, Muni. Gut, speichern erst mal. Ja. Okay. Warum kriege ich hier so viel? Das macht mir Sorgen. Gut. Machen wir jetzt hier. Aber an dieser Stelle erst mal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein. Und bis denn. Vielen Dank.